Von mir aus 10 Kilo rumtragen. Das würde ich jetzt nicht so als ausreichend ansehen. Danke Cannamedical, dass ihr mich ab sofort bei meinem Content unterstützt. Jetzt kommt das Interview mit dem Bundestagsabgeordneten Dirk Heidenblut. Vorher habe ich aber noch einige von euch gefragt, was ihr von den Plänen der Ampel haltet. Die Cannabis-Legalisierung ist beschlossene Sache. Im Koalitionsvertrag steht, dass Cannabis reguliert und kontrolliert zu Genusszwecken abgegeben werden soll. Aber keiner weiß noch so richtig, wie. Was machst du denn hier? Ach, hi. Ja, cool. Ich bin gerade mitten bei einer YouTube-Folge. Ach so, oh, sorry. Es ist kein Ding. Ich wollte die Leute fragen, wie sie sich die Legalisierung vorstellen. Und du bist eine ziemliche Expertin, oder? Ja, ich würde sagen, wie fragen die Leute mal? Ja, let's go. Ich bin dabei, gerne. Dann gehen wir am besten hier lang. Komm. In Deutschland wird ja bald Cannabis legalisiert. Was haltet ihr denn davon? Ich finde es cool. Du findest es cool? Ich war sogar mit meiner Schule im Bundestag. Wir haben darüber diskutiert. Ach, nice. Ja, also ich wäre dafür auf jeden Fall. Welche Grenze sollte man mindestens mitführen können an Cannabis so im öffentlichen Raum? So aus dem Bauch heraus geschossen, so wie viel Gramm? Aktuell sind ja 30 Gramm in der Diskussion. Ach ja? Aber ich meine jetzt so auf der öffentlichen Straße, oder? Ja, genau. Okay, weil wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir so sagen, maximal 5 Gramm. Aha, okay. Germany is about to legalize cannabis. And what is your opinion on the legalization of that substance? I think I'm pro legalization of that substance, because I think it needs to be legalized. And I don't see the point in it being not legalized, except for pharmacies benefiting of it. I think it can be helpful for a lot of people. I think it's a good thing. Ich glaube, wir haben genug legale Drogen für solche Sachen. Unabhängig davon, denke ich, wer es probieren will, warum nicht? Also ich würde jetzt nicht unbedingt, dass es unbedingt verboten werden sollte oder so, wie es jetzt ist. Also ich hätte jetzt auch nichts dagegen. Das soll jeder so machen, wie er gerne möchte. Und ich glaube, wir sollten auf andere Sachen gucken und sich jetzt nicht auf dieses eine Thema, sage ich mal so, bevorzugt da wirklich, sage ich mal, werfen. Wie ist denn Ihre Meinung zu der Cannabis-Legalisierung generell? Was halten Sie davon? Halte ich gar nichts von. In keiner Weise. Sollte weiterhin verboten bleiben unter staatlicher Kontrolle. Medizinisch gefreigegeben, ja, in jedem Falle. Medizinisch indiziert wäre gut, aber sonst nein. Zu genutzwecken? Nein, in keiner Weise dagegen. Können Sie noch erklären, wieso? Das ist eine Droge. Man sollte genauso, also Cannabis, Alkohol sollte man auch dementsprechend reduzieren, vielleicht höher besteuern. Oder wie auch immer, weil ebenfalls als Droge anzusehen, ganz klar, Zigaretten, Einstiegsdroge für jede andere Art von Drogen, ebenfalls höher versteuern, besteuern. Wie ist denn deine Meinung so zur Legalisierung von Cannabis? Gar kein Problem mit. Was würdest du sagen, so welche Menge sollte man so in der Öffentlichkeit mit sich umführen dürfen? Wenn es legal ist, kannst du dann von mir aus 10 Kilo rumtragen. 10 Kilo, finde ich gut. Und was würdest du sagen, soll es THC-Grenzwerte geben? Ja, warum nicht? Wo würdest du sagen, wie viel Prozent THC? Keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen selber. Aber klar, solange es gesund bleibt, halbwegs. Alkohol auch. Danke für deine Zeit. Cannabis legalisieren könnte man es sicherer transportieren. Cannabis-Legalisierung? Cannabis-Legalisierung ist ein geiles Thema. Also ich finde, es ist nicht genauso schlecht oder gut wie Alkohol. Insofern sollen sie es doch legalisieren. Sollen die Leute das machen, dann machen sie es nicht heimlich. Sie machen es eh. Ich mache es nicht, aber wenn er es machen will, wir sind alt genug. Ich konsumiere keinen Cannabis tatsächlich. Also ich habe es ein paar Mal probiert und ich fand es echt lame. Deswegen ist mir das tatsächlich ziemlich wurscht. Okay, aber bist du auch nicht unbedingt dagegen? Nö. Selbst Eigenverantwortung ja auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn es halt doch dann zu viele trifft, ist es vielleicht doch nicht so intelligent. Tatsächlich sehe ich noch am ehesten die Möglichkeit, dann enormen Steuereinkommen mitzumachen. Eine Droge, ne? Ja, also es ist ja eine Substanz, eine berauschende Substanz. Und es ist ja jetzt gerade im Koalitionsvertrag verankert worden, dass Cannabis kontrolliert und reguliert zu Genusszwecken abgegeben werden soll. Und ich würde mich interessieren, wie ist Ihre Meinung dazu? Also wenn man Cannabis ist ja wahrscheinlich, glaube ich, auch so für Krankheiten und so, wenn man da, dann ist das eine andere Sache, in meinen Augen. Aber so für einen normalen Gebrauch, was ich auf Spaß nehmen will, bin ich dagegen. Okay, ja. Und Sie sehen das ähnlich? Ja, das sehe ich genauso, ja. Wir kommen auch vom Land und so weiter, ne? Und dann ist das so, wir sind ein Einwohner von 600 Einwohnern, ne? Und da muss ich sagen, also das ist für uns richtig, ne? Also ich wäre voll dafür. Ich finde Cannabis weniger gefährlicher als Alkohol. Sind Sie denn auch für, sagen wir mal, THC-Grenzwerte, dass es nicht zu scharf sein soll? Naja, aber es müsste eine Altersbegrenzung geben, auf jeden Fall. Für welche Altersbegrenzung sprechen Sie sich aus? Also 18, 21 ist das, was diskutiert wird. Dann eher 21. Wenn es nicht legal ist, dann ist der Markt immer noch da und die Mafia wird riech und stärker. Wenn es legal ist, dann können Sie sogar Taxen von den Bürgerinnen und Bürgern auch lower bekommen, weil das Staat auch aus dem Weg gewinnen kann und das Staat kann es besser kontrollieren, als wenn die Mafia es macht und kann auch die Qualität kontrollieren und alles. Also, ich würde sagen, eine mehr relaxte Gesellschaft wäre mehr als willkommen in general. Ganz klar, definitiv. Hat auch viele, generell andere viele Vorteile. Ich bin hier gerade, während ihr euch das Video anschaut, bei Tom. Tom, wo sind wir hier? Wir sind hier gerade im wunderschönen Nanaimo in Kanada, auf Vancouver Island. Und was haben wir gemacht? Was haben wir nicht gemacht? Wir haben uns den Grow angesehen, wir haben den Microscope kurz gemacht, wir haben dir ein bisschen die Natur gezeigt, dir ein bisschen das Weed und die Stories gezeigt. So viel ist passiert hier heute. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall den Kanal und schaut mal bei Tom vorbei. Ich packe seinen Insta-Account in die Videobeschreibung. Bis dahin. Bis dahin. Ja, danke, dass du mich begleitet hast bei den Umfragen. Gerne, gerne. Giest du dein Resümee, dein Fazit? Ja, war auf jeden Fall nice. Habe ich auch schon gedacht, dass viele so zurückhaltend sind oder dass sie keine Meinung haben oder sich nicht trauen, so auch vor Kamera. Das habe ich mir schon gedacht, aber ich fand es eigentlich trotzdem von manchen so die Meinung richtig schön und ich hätte es selbst auch nicht erwartet. Ich dachte so, okay, cool. Also wahr, ja. Ja, kann ich nur so wiedergeben. Ich fand es auch, viele Leute hatten sich unabhängig von der Kamera nicht getraut, über das Thema Cannabis zu sprechen. Genau. Und ja, wenn die Legalisierung jetzt kommt, werden wir alle mal schauen, ob der Bundestag und hier das Reichstagsgebäude hinter uns, die Koalition, letztlich die Ampel, auch für eine Entstigmatisierung und für eine Rehabilitierung der bisherigen Opfer sorgt. Im Herbst soll der Referententwurf da sein. Wir sind mal gespannt, ob die Leute sich dann offener zu dem Thema äußern. Danke. Das hat mich gefreut. Ciao, ciao. Gleichfalls. Jetzt, wo wir herausgefunden haben, wie die Meinung zu Cannabis in der Bevölkerung ist, wollte ich mir natürlich mal genauer anschauen, wie die Bundesregierung dieses Thema angeht und nehme ich jetzt mal mit. Jetzt geht es in das Zimmer, in dem wir das Interview gleich haben mit Dirk Heidenblut. Und ich glaube, das ist ein SPD-Gebäude, zumindest von der SPD. Jetzt bauen wir mal alles auf. So, und jetzt müssen wir uns beeilen. Ja, wir sind hier heute beim Bundestagsabgeordneten Dirk Heidenblut. Ich bin seit 2013 im Bundestag, seit 2017 für den Bereich Drogen- und Suchtpolitik primär. Auch zuständig. Sitz im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Ansonsten komme ich aus Essen, der schönsten Stadt im Ruhrgebiet. Ja, ich habe zwei Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Also Fachgeschäfte und vielleicht den Regulierungsrahmen, der jetzt auch Gegenstand dieses relativ umfangreichen Konsultationsprozesses ist. Bist du bisher mit den Anhörungen zufrieden? Ja, also ich finde, die Anhörungen sind bisher ganz gut gelaufen. Und wenn das so weitergeht, glaube ich, gibt das eine gute Grundlage für das, was dann an Gesetz am Ende dabei rauskommen soll. Und ich glaube auch, habe auch bisher bei mir noch keine Beschwerden gehört, es sind auch wirklich alle beteiligt worden, die sinnvollerweise gehört werden. Was ja immer wieder diskutiert wird, ist, wie soll die bundeseinheitliche Lizenzierung aussehen? Wie ist deine Sicht der Dinge? Also wir haben tatsächlich noch keine konkrete Vorstellung. Aber aus meiner persönlichen Sicht muss und sollte eine Bundesbehörde zuständig sein für die Lizenzierung, damit wir nicht in jedem Bundesland ganz unterschiedliche Zugänge wiederfinden. Wir erleben das ja auch in anderen Bereichen, wie schwierig das sein kann. Ehrlich gesagt bin ich relativ schmerzfrei, wo die Bundesbehörde am Ende aufgehängt ist. Das B-Fab würde ich persönlich jetzt im Moment nicht in Erwägung fliehen. Ist eine Obergrenze aktuell Gegenstand der Diskussion? So eine hat mengenmäßige absolute Beschränkungen? Also nach meiner Kenntnis gibt es bei allen die Diskussion darüber, dass wir zumindest, was das mit für den öffentlichen Raum angeht, Obergrenzen ansetzen. Wie die dann genau ausgekleidet sind, weiß ich nicht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da wird man sich auch nicht über 5 Gramm nach oben oder unten streiten. Das wird schon so sein, dass man dann auch als Nutzer damit vernünftig umgehen und klarkommen kann. Das kann das Kontrollgesetz ja 30 Gramm vor. Ist das ungefähr so der Rahmen, den wir uns gerade noch bewegen? Weil in New York sind es ja zum Beispiel 2 oder 3 Unzen, also 84 Gramm. Was ist aus Ihrer Sicht sinnvoll? Also unabhängig jetzt eine Zahl zu nennen. Also ich würde nicht unter die 30 Gramm gehen. Das wird ja zum Teil auch diskutiert. Ich persönlich könnte mir auch eine höhere Besitzmenge vorstellen. Die Frage ist eben, ob man nochmal zwischen Besitzmenge und Mitführberechtigung im öffentlichen Bereich. Das wird dann auch eine Frage sein, wie wir mit dem Eigenanbau umgehen etc. Aber ich sage mal, es wird da wahrscheinlich sich etwa in der Größenordnung einpendeln, aber vielleicht auch bei 50 oder 60 Gramm. In Bexikon zum Beispiel hat man bis zu 200 Gramm erlaubt. Also wenn man diese Mengen von ca. 30 Gramm überschreitet, ist bis zu 200 Gramm das Mitführen von Cannabis nur eine Ordnungswidrigkeit und erst dann eine Straftat. Können Sie sich auch das vorstellen? Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich denke auf jeden Fall, dass wir nicht sozusagen eine harte Grenze machen, ab der es dann sofort wieder strafbar wird in irgendeiner Form, sondern dass es sozusagen fließend was gibt. Aber ich glaube schon, dass es da Begrenzungen geben wird letztlich. Wird es dann wahrscheinlich vielleicht möglicherweise Abstandsregelungen und Grenzen zu Schulen geben, sodass man da Mindestabstände einhalten soll? Also wenn es nach mir geht, ganz sicher. Das kennen wir ja auch schon aus anderen Bereichen, wenn wir an Spielhallen und Ähnliches denken. Also ich glaube, dass der Kinder- und Jugendschutz ist ja ein wesentlicher Punkt, warum wir das Ganze überhaupt machen. Und es wäre ja nun widersinnig, wenn wir das nicht mindestens dann auch berücksichtigen und einbauen. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Wie gesagt, bisher haben wir noch keine Abstimmung. Wie sieht es aus mit Ubergrenzen für den Gehalt an Theta-Hydro-Cannabinol, also diesem berauschenden Cannabinoid? Ist es aktuell so etwas, was umgesetzt werden soll? Also ob es umgesetzt wird, kann ich nicht sagen. Es ist etwas, was natürlich auch in der Diskussion ist, aber sehr strittig ist. Ich bin da auch zweigeteilt. Es ist natürlich so, dass wir je nachdem, wie hoch das ist, ich bin ja jetzt nun auch Suchtpolitiker und möchte die Menschen vor Sucht schützen, eine immer größere Gefährdung haben in dieser Stelle. Auf der anderen Seite muss man auch denken, wie sollen das Sicherheits- und Ordnung, also in welche Konflikte bringe ich dann wieder Polizei, also sollen die dann die Leute anhalten und dann messen? Und wenn ich dann, also bin ich mir eigentlich sicher, für Konsumenten kann es das nicht geben. Wir können aber natürlich beim Anbau und gegebenenfalls beim Verkauf, weil da könnte es ja geprüft werden, idealerweise beim Anbau, also bevor es dann in die Geschäfte kommt, da könnte man natürlich Obergrenzen vorgeben, weil sie können geprüft werden und das wäre dann schlicht eine gewerberechtliche Sache möglicherweise. Persönlich glaube ich, dass es wenig sinnvoll ist, das im Konsumbereich dann zuzuschreiben. On-Site-Consumption, also sollte man vor Ort in den Fachgeschäften nun konsumieren können oder nicht? Wie ist so Ihre Auffassung? Also ich persönlich fände, ja, ich hielte das nicht für verkehrt. Ich halte das durchaus auch für eine Möglichkeit, ja. Ja, ich denke mal gerade auch, was Suchtprävention angeht, wenn der Konsum angeleitet wird und unter Aufsicht stattfindet, kann es ja auch etwas besser umgesetzt werden. Auch das. Online-Versand, ja, nein, da gibt es auch strittige Auffassungen, die dafür oder dagegen sprechen. Da kann ich klar nein sagen. Okay, was sind so Ihre Bewegpunkte, die Sie dazu bringen, sich dagegen auszusprechen? Also ich glaube schon, und das ist ein Aspekt, nicht nur des Kinder- und Jugendschutzes, sondern auch des Schutzes der Personen selbst, ich glaube schon, dass es gut ist und wir wollen ja Fachgeschäfte, damit Fachpersonal dort auch beratend und unterstützend tätig sein kann. Und wenn wir gerade darüber gesprochen haben, vielleicht sogar Konsum da, weil möglicherweise der Konsum erstmal unter Begleitung, sage ich mal, vorsichtig auch noch ein Vorteil sein könnte, dann ist das alles etwas, was im Online-Bereich schlicht nicht zu leisten ist. Und deswegen halte ich es für richtig, wenn wir das schon auf die Fachgeschäfte konzentrieren. Ich weiß, dass man heutzutage per Online auch Alterskontrollen und andere Dinge hinkriegen kann. Das haben wir auch beim Medikamentenversand. Trotzdem halte ich es für wichtig und richtig, wenn das über Fachgeschäfte läuft, weil ich hier auch möchte, dass der persönliche Kontakt, die persönliche Beratung da ist. Also würde Ihnen ein Videocall zum Beispiel nicht ausreichen als ausreichend? Nein, das würde ich jetzt nicht so als ausreichend sehen. Wir waren ja noch beim Punkt Fachgeschäfte. Wie sieht aus Ihrer Sicht eine mögliche Produktvielfalt aus? Soll es neben Blüten noch Extrakte geben, THC-haltige Lebensmittel, auch in Form von Flüssigkeiten? Was ist da so aktuell gegenstand der Diskussion? Das ist tatsächlich aktuell noch gar nicht gegenstand der Diskussion. Das Problem ist natürlich, je nachdem was und wie unterschiedlich wir zulassen, bewegen wir uns nochmal wieder in anderen Rechtsbereichen. Also Lebensmittel zum Beispiel, dann gibt es wieder Lebensmittelkontrolle etc. Muss man jetzt schauen, wie sinnvoll das ist. Ich denke, das werden wir diskutieren, aber da gibt es noch keine Sicht und ich habe auch noch keine Abschließung. Bei Apotheken zum Beispiel darf man ja maximal drei Filialapotheken haben. Rechtsanwaltsgesellschaften dürfen nur von Rechtsanwälten geleitet und als Shareholder betrieben werden. Wie sieht das aus bei den Fachgeschäften? Glauben Sie, Franchise ist möglich? Also es wird darauf ankommen, dass die für die Fachgeschäfte geltenden Lizenzierungsbedingungen eingehalten werden. Und wenn die eingehalten werden, zumindest im Moment diskutieren wir nicht über andere Fragen. Wie sieht das aus mit der Amnestie von denjenigen, die sich jetzt noch für etwas strafbar machen, was aber zukünftig legal sein soll? Gibt es da auch neben Verfahrenseinstellungen eine Art Entschädigung? Also ob es Entschädigung gibt, kann ich jetzt nicht sagen. Sagen wir mal Rehabilitierung. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass wir dazu Regelungen finden. Zumindest mal, sagen wir mal, ab dem Zeitpunkt, ab dem relativ konkret war, dass es jetzt eigentlich Richtung Legalisierung geht. Davor konnte niemand damit rechnen und konnte sich auch niemand darauf verlassen sozusagen. Aber ab dem Zeitraum, aber wie das genau ausgekleidet sein wird, das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Wie sieht es denn aus mit Werbebeschränkungen? Weil wir kennen ja zum Beispiel sehr, sehr scharfe Werbebeschränkungen für verschreibungspflichtige Arzneimittel aus dem Heilmittelwerbegesetz. Die erlauben ja gar nichts, außer sagen wir mal reine Imagewerbung. Aber wie sieht es aus mit sachlich informativer, aufklärender Werbung? Was ist da so diskutiert? Also wir müssen eben da tatsächlich eine Gratwanderung gehen und einen guten Weg gehen. Also schon mal völlig klar, offensive Werbung, insbesondere Werbung, die dann womöglich auch noch auf Zielgruppen abstellt, die wir nicht wollen. So ähnlich wie das bei Tabak und aus meiner Sicht noch stärker auch bei Alkohol der Fall sein sollte. Solche Werbung darf nicht passieren. Aus meiner Sicht auch nicht unbedingt ein Sponsoring bei bestimmten Veranstaltungen und ähnliches. Aber, und da bin ich ja jetzt auch wieder als Suchtpolitiker dabei, ich will natürlich schon, dass die Menschen aufgeklärt sind, was sie da kaufen und was das für Wirkungen haben kann. Insofern muss es zumindest informative Produkte geben können und die Fachgeschäfte müssen sich ja auch als solche ausweisen können, also erkennbar sein. Die Apotheken und die Hersteller können gar nicht bis wenig über die Produkte auflegen, weil das Heilmittelwerbegesetz einen Riegel vorschiebt. Würde man das dann auch nicht auch intizipieren, wenn man dieses Gesetz, was Cannabis als Genussmittel erlaubt, dann berücksichtigen im Heilmittelwerbegesetz? Das müsste doch meines Erachtens dann gewisse Lockerungen geben. Also du meinst jetzt die sozusagen die Querverbindung zu Cannabis als Medizin bezogen dann auf, also wenn Cannabis legal anders beworben oder nicht beworben werden darf, als Cannabis als Medizin, haben wir ein Problem. Ja, genau. Das müssen wir mit im Auge haben. Und da müssen wir nochmal gucken, ob wir wirklich die strikten Vorschriften, die wir da haben, jetzt auch bezogen auf die Cannabis-Legalisierung anwenden, sehe ich auch noch nicht so ganz. Insofern kann das am Anfang ein bisschen auseinanderlaufen, aber es ist völlig richtig. Da müssen wir darauf achten, dass es nicht am Ende dazu führt, dass man zwar zu Cannabis viel findet, aber leider zu Cannabis als Medizin nichts findet. Das wäre nicht wünschenswert. Wie viel von den generierten Steuern, die mit diesen Cannabis-Produkten generiert werden, sollen denn dann auch in Aufklärung fließen? Kann man das prozentual beziffern? Nee, kann man nicht, darf man ja nicht mal. Also wir wissen ja aus anderen Bereichen, man kann Steuern nicht zweckgebunden zuordnen. Und das hätte ich natürlich liebend gerne, dass wir sagen, wenn also ein Steueraufkommen so und so ist, dann gehen 30 Prozent, 40 Prozent immer in die Suchtprävention. Das können wir leider nicht machen. Da werden wir noch mal sehen müssen, wie wir das auf anderen Wegen vernünftig zuordnen. Aber es ist sicherlich so, dass die Steuermittel ein gutes Argument dafür sind, zu sagen, da haben wir ja jetzt auch mehr Geld, da können wir ja auch mehr Geld in den Bereich stecken. Was denken Sie, wie können Fachgeschäfte Suchtprävention leisten? Also wie kann man sich das vorstellen? Also sicherlich durch die Ansprache, durch Aufmerksamkeit möglicherweise auch. Vor allen Dingen aber auch, indem aus meiner Sicht es eine gute suchtpräventive Struktur geben muss. Wir müssen auch die Suchthilfe entsprechend ausstatten und finanzieren. Sodass im Zweifel auch in einem Fachgeschäft direkt ein Hinweis kommen kann, also wo man sich auch hinwenden kann. Möglicherweise tauchen da ja auch Menschen auf, die sagen, Mensch, ich würde ja gerne runterkommen, jetzt bin ich froh, ich kriege es legal, aber eigentlich will ich gar nicht mehr so in dem Umfang rein sein. Und dann kann man direkt sagen, da gibt es aber Möglichkeiten. Also ich glaube, Beratung, Information kann auch in den Fachgeschäften laufen. Die eigentliche Prävention wird dann aber weiter sicherlich über die Fachstrukturen der Suchthilfe und all derjenigen damit zu tun haben laufen. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, ich habe alle Fragen beantwortet bekommen. Und danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Tschüss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne unter die Kommentare, was ihr von der Auffassung haltet und wie ihr euch die Cannabis-Legalisierung wünscht. Und hier gibt es noch ein Video, was ihr euch unbedingt anschauen solltet. Tschüss. Vielen Dank.